Hey friends! Ich nehme euch heute einen Tag mit, hier durch Nashville. Wenn ihr Bock habt, let's go! Was ist das? Klar, lass uns Zeit. Ist okay, dass ich nasse Haare habe. Wir sind jetzt bei den Sound Emporium Studios. Das Highlight für mich ist, dass Taylor Swift da ihr Debütalbum aufgenommen hat. Vibes! Hey, yo! Ich habe mir im Studio ein bisschen was Bequemeres angezogen. Und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was. Das Geilste kommt jetzt. Hier ist die ganze Wand, wer hier alles schon so war. Und ein Bild habe ich natürlich sofort entdecken, nämlich. Hier ist Pharrell gewesen, tatsächlich. Und was ich auch schon entdeckt habe, Spotted, ist Taylor. Taylor Swift, ihre erste Platte. Also hier bin ich auch aufgenommen. Fällt mir natürlich sofort das Auge. Das alte Swiftie. Das ist echt ziemlich cool. Ja, und hier sind verschiedene Studios. Wir können leider nicht überall rein, weil überall Sessions sind. Also gerade da hinten ist zum Beispiel gerade eine Session. Und hier glaube ich auch. Ja. Fragenplatz. Super. Dann zeige ich euch mal kurz unser Studio, wo wir aufnehmen. Beziehungsweise... Nicht aufnehmen, sondern die Songs schreiben. Seit gestern. Da ist die Küche. Andrea. Ein weiteres Studio. Und hier ist unser Raum. Und da sind gerade einmal Dennis von den Junks, von unserem Produzententeam. und Tommy Lee James. Tommy Lee James. Tommy Lee James. Mega Songwriter. Und das zeige ich mit ihm. Hey. Hallo. Hier sind alle. Hier sind sie. Don't be shy. Hier sind alle. Ich mag das das mehr... Das, 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 das... Ja. Ich mag das mehr. Wir wollen zu haben wieder, als sind wir beide zusammenzulenden. Das macht es uns verrückt, dann ist das. Das ist Teil davon. Das ist das. Ich mag das. Und wenn wir fühlen, dann sind wir together. Wenn wir verrückt, dann... Ja. Studio done und jetzt haben wir ein bisschen Sightseeing, jetzt gehen wir ins Country Music Hall of Fame Museum. Musik Dankeschön. Vetin, ich freue mich so, dass ich dir eine Freude machen konnte. So, wir haben die Stadt erkundet, wir waren jetzt im Hard Rock Café, Elsa hat ihr Dully Merch, Nashville Pulli und jetzt gehen wir gleich noch ein bisschen was essen und Jetlag habe ich auch, ich bin echt müde, aber es war sehr, sehr schön. Musik 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 Ich bin ultra müde, wir haben uns richtig schön voll gefressen, ich hoffe ihr habt einen kleinen Eindruck gewinnen können von meinem Tag hier in Nashville und jetzt geht's auch schlafen, gute Nacht. Musik 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 Musik